hallo zusammen herzlich willkommen zurück zu seven days to die in einer neuen folge mit den üblichen welchen keiner hat sich krank gemeldet und ich habe in der letzten folge einen airdrop geholt was ich schon mal super finde ich habe trotzdem noch von der rolle nicht nachgeglütert und jetzt habe ich hier noch was in der 20 gesehen und rumstrichen bis dahin wir sind in der folge wieder 20 sekunden folge hier vorne ich schweb hier so wie so ein stäbchen in der luft wo ist das ein stäbchen da ist ein stäbchen nicht gut wir sind gerettet die jungs wir haben hier einen senden wie so eine erdfunk stelle krieg ich gar nicht drauf so groß ist ja ich wusste gar nicht wie so eine antenne da ist so eine antenne drauf das hatte ich auch mal ein solo was ist denn das alles was du machst ist let's play jedes mal startest du so ein spiel jetzt wie so ein weißt du aus diesen wie heißt das iron hier dieses ähm trussing genau gestapelt mit dem flutscheinwerfer obendran da kannst du ihn abbauen weiß ich nicht probiere ich muss jetzt erstmal hier aufräumen weil die sind zombies unterwegs gut erlebt ja noch ich bin hier unten drin irgendwie du bist hier unten da muss doch irgendwo noch dann du bist hier unten schau dich doch mal was machst du denn hier ich müsste jetzt lügen und sagen ja aber das geht hier schnell mit der mit der iron pickaxe ja mit der steel doch einen habe ich eigentlich echt ja dann schau mal das ding hier auf ja du hast mir immer noch keinen wie ich nicht nein ok licht auf dem boden meine fremse ich nicht aber hat einer den ganzen tag dabei ja ich guck da nicht rein mach auf das ding sag mir was drin ist was sich dir gelohnt hat oh nur schönen tag meinst du wir können hilfe holen ja wir können uns ja zumindest mal probieren hunting rifles drin aber ne graue ne 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 alles gut jetzt mal ein versteck bringen also nicht mein das hat auch wieder kein interessiert was dem airdrop-plan ist aber das ist mein geheimnis was war denn drin ok dann was ist denn drin was war denn da drin mcgiversburg was macht das ach das machte Scrap-mechanik Scrap-sachen das ist gut ok read äh ak-47-receiver er war ein grau naja rüstung schon wieder iron-lag-schematics naja vielleicht sind wir auch zu verwirren naja gut gab's jetzt so oft ganz hart ganz hart was denn ach ich hab mir ein bisschen Scrap-Iron gemacht ich hab das äh comeback-schild abgerissen toll das macht richtig iron jetzt hier oh nimm ich den Sand mit ich Vollpfosten oh man für'n fleischhammer zum einbuddeln ne meint ihr den anderen wahrscheinlich hier wenn ihr düngt'n oh man total gut gemacht hier schöne Travoregelche oh ich bin schon wieder voll ich bin schon wieder voll warum sollte man keinen Kühler scrubben was war das nochmal? Kühler weil er mehr äh Brass im im Ofen bringt 50 Brass und ich glaub kriegst du glaube ich keine 5 oder so ich weiß nicht ok die Zahlen sind Mutmaßungen das ist aber ein deutlicher Unterschied ja sag mal hast du nicht gesagt du hast einen Minibiker macht? ne das war nur ne Lüge ne dreckige guck's mich hast du mich fertig das ist ne also kannst du nicht den den AK-7 für sie werden grau brauchen wir nicht aufheben oder? nope dann kannst du ja scrappen oh momentan voll momentan ist voll ja ich muss auch wieder zurück was scrappy geht's hier alles noch? hallo lady haben sie grad gefunkt haben sie Hilfe geholt? ich bin da hallo ich bin ihre Hilfe hallo na toll weißt du du würdest ich mal du kommst hier denn rein na komm nee lass mal hier sag mal der Minias hat da einen Arsch offen oder? naja würd ich schon sagen wir warten jetzt die werden dich hören was ist denn jetzt? überall wurden Klaps versteckt ja das ist ja auch gefunden ja wisst ihr die wurden einen Klapsfaller geland oh geil hier hat jemand was drin gelassen oh das ist voll ach ne komm leer geräumt alles grün alles leer geräumt ah wie cool diese diese diesen äh den den Sockel von dieser Station den kann ich abbauen also mit das Ranch oh mein Ranch ist gleich tot kann ich die repairen? kann ich nicht verdammt ähm ich habe einen grauen der ist aber fast am Arsch ich habe einen einen gelben dann für dich wär schön cool freuen wir uns alle freuen wir uns alle da ist ja eh keiner ne 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 ja au immer tue ich jemandem weh ne oder hier waren wir noch nicht drin garantiert pass auf also in der öffnen Rolle ich habe ja früher habe ich ja immer ähm Blutcontainer leer gemacht weil ich dachte das spawnt nix nach aber das ist dem ist gar nicht so ach was wenn du einen Lootcontainer ja so einen Schreibtisch, Kiste etc habe ich mir gedacht wenn man die nicht leer macht würde nicht neuer Loot nachspawnen das ist aber nicht so du kannst den also immer voll lassen eigentlich im Prinzip naja das du kannst einfach ähm oh Gott ähm du kannst einfach das Ding voll lassen und wenn du dann hingehst und räumst das eine Ding raus und spawnt der andere Kram nach ah ok mhm ich glaube Wodan hat es nicht verstanden ne irgendwas rausnehmen einfach dass es nicht dasselbe drin ist ich glaube Wodan hat es immer noch nicht nein jetzt wollte einfach der Loot spawnt auch so nach er wird halt dann erst angezeigt wenn du das letzte Teil raus nimmst was du reingemacht hast ich glaube Wodan will ich nicht verstehen nein so ich habe doch gesagt ob ich einen Scheinwerfer abmachen kann das sind so breite Scheinwerfer ich glaube die sind nicht vorgesehen um abzubauen das sieht aus wie abbreit ich würde gerne mal da hoch aber was ob ich den einstützen lassen kann mhm das wäre uncool vor allem wenn ich den auch vielleicht nochmal sehen will jetzt einmal die also rein budgetisch mal angesagt dann lass ich den mal dann komm ich jetzt mal zurück ach man ok Mais mitbringen ja Mais bring ich mit ich habe hoffentlich noch Platz ich ziehe einfach das Sweatshirt an das ziehe ich heute an zu wieviel steckt sich denn so'n so'n Ding damit man mich auch gut sehen kann vor allem wo war denn wo war denn das Maisfeld da vorne dann gehe ich doch mal den Weg da runter wieder eine Machete mhm ach am Arsch jetzt im Ernst wir finden keine guten Bücher mehr hier also ich finde überhaupt keine Bücher wenn ich ganz ehrlich bin mal kurz drüber nachdenke die sind Zeit alter ...一个 Lu hue.. wo.. bei mir äh.. spilled denn was ist so ive prior als ich Ouch die Wonarde wohl dann OK komm in meine Richtung ich geh dann wenn du bist der jelbe in dem Fall bei mir wo bist du denn bei dir die außen Sie nenördlich ist er noch hinter mir der kommt zu dir da kommt zu dir angestochen also in deine richtung rennt da weiß ich auch nicht warum ich habe jetzt übrigens schon drei scheinwerfer das haus blute ich jetzt nicht einfach so ein mais das müssen wir später machen ja mal spitzen davor haben wir da mal überlebt versucht zu überleben wahrscheinlich in den nachten also ich glaube nicht bei mir ist da nichts oder ich habe keine erkenne der ist angestochen in deine richtung gerannt wo ich gesagt habe ich gehe zugleich haben wir müssen mal wasser nachfüllen oh ja ich glaube ich habe ich unmengen ist das original diese old-school kreuzten hier in der bauernhof wo ich bin ja 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 da ist übrigens geil wo ist da der war eben gerade wieder in der nähe hat gebellt ich höre ihn doch immer und an der scheune waren immer hunde das ist jetzt hier oben und ich renne zum wasser ich würde das gerne alles looten aber ich habe jetzt keinen bock ich hole das meiste und meine taschen sind sowas von voll ich mache auch noch mal die gläser voll dann gehe ich mir zurück mit einer unendlichen wasserverkälte mache sonst immer so meist sollte ich mitnehmen ein stack 60.000 bis 100.000 bis 100.000 bis 100.000 machen die alles jetzt bis 1000 oder wie ich glaube nicht naja meist waren eben schon 350 ok dann machen die 350 reicht schon ne freund schon gut mehr muss jetzt nicht das war es mir jetzt eine ehre gepackt ich mache absicht ich mache du feige ach nein was anderes ok jetzt scheine ich ja 500 das ist der stack ist voll jetzt ich komme zurück ich spinne wieder zurück und nehme ich mir das Glück cool ich haue mir Alkohol rein so jetzt rennts schon leichter mach platz da vorne muss aber den doppelten wegstrecke nennen oh ein bär ich hier eigentlich mit Alkohol fast in bär reingerannt stopp, gib mir auch drei scrap ein mach schon mal das nachtlicht an das tagfahrlicht das ist nicht gut das ist schon echt dunkel man die kaputt jetzt das ist ja meine achse hier mal neben die ist viel zu gut die hält viel zu lange das oh glowhammer runter mein gott wer wollte den mais haben ja mach ihn einfach erstmal in die kiste und hunden und warum zieht er immer die hunde ein ja das sagt er zu mir rennt weg ich bin noch unter Alkohol ich lauf weiter ich sterbe jetzt weil ich keine Bandage dabei habe was ich komme zurück wieso sehe ich auf dem map nicht wieso sehe ich auf dem map nicht wieso sehe ich auf dem map nicht ach ich bin hier einmal ausgelockt wegen dem ich schwebe in der luft.de wow er ist tot gut dann mache ich wieder weiter geht es auch gut 19 uhr 27 20 haben wir noch honig zuhause honig ist nicht mehr aber dafür antibiotika die frau so still ich weiß auch was sie gemacht hat in der zeit was hat sie denn gemacht die hütte in gold umgewandelt ihre basis verkleidet ja in gold nö 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 ich mache den mais in die ähm Essenskiste blattgold ja hier kommen die nie durch einen ganz kleinen hammer sie ist jetzt pink 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 die hütte sie hat hier na uhu das war knapp hat die Lakierpistole rausgeholt ja alles pink ich bin neon pink will ich nochmal ernten hier ich ernte mal Kartoffel ich werde auch gleich mal nach hause kommen aber kann ich ihn nicht mal mitnehmen schrauben hat jemand noch fehlern gefunden von euch also hat nicht jemand habt ihr noch fehlern gefunden gefunden habe ich keine ich habe 22 in der tasche zigstück habe ich noch wow 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 kratz wow wow jetzt nach hause kein zweck ich gucke mich mal voll mit Antibiotika einer reicht ne einer reicht ich weiß was der Arzt gesagt hat beim letzten Mal der Bluthochdruck kennt einer von euch die Grillshow auf YouTube hier ist Honig übrigens verdammt schade die Grillshow ja fragt nicht weil ich die so gut finde wobei das weiter macht es schon echt echt sieht echt lecker aus sondern wie er spricht erinnert mich immer ganz ein bisschen an irgendwas anderes aber darüber können wir ja in der nächsten Folge mal sprechen wenn ihr das mal gehört habt können wir hier gleich nach der Aufnahmesession mal eine Folge zu sehen ja das finde ich gut das finde ich gut nein ich habe Hunger hör auf nein nein ja das ist nicht gut also du musstest dir voll was zu essen holen weil er macht halt so amerikanisches Essen das ist echt unfassbar gut sieht das aus dieses gesunde und nachreiche absolut ganz gut weil wir ja ausgewogen essen Cholesterinarm auch mal für den Snack so zwischendurch zu mir geht es eigentlich ganz gut so ich habe jetzt unter meine Plattform habe ich ganz viel von diesen Stahlplatten habe ich unterfüttert schätzelein wieso machst du die Klappen hier dazwischen das ist doch Blödsinn zum Schutz vor dir wahrscheinlich möglich ist alles soll ich dir ein paar Spikes schenken junge Frau brauchst du noch Scrub Iron nö ich frage eigentlich die Sammelt sie geht ja 203 Wolltest du noch die vor der Tür machen wenn sie von hinten kommen ich habe 407 wenn sie von hinten kommen du grüßt sie von vorne ich habe 407 wie sie gesagt hat gell naja das hat mich auch gerade musste kurz so ein bisschen wie das wenn sie darauf gefasst ist dann hatte sie sich auch verschrieben naja das wenn er das heute sagen dann sage ich das mhm natürlich deswegen war sie auch die ganze Zeit ruhig weil sie eigentlich nur darauf wartet dann kommt der denn nicht in den scheiß Satzmann ich kann mir das da mal vor wundervoll natürlich ich warte nur auf solche gleich sag das ich warte jetzt mal haben wir eine Batterie sag sprecht mich mal an oh mein Gott ihr seid so doof haben wir eine Batterie ach ne ne haben wir nicht wirklich wirklich als ob du sonst mal also nicht wirklich ach schade ich wollte mal einen Flutscheinwerfer bauen also wirklich nicht nicht wirklich also nicht wirklich da einen Flutscheinwerfer mhm scheiße ich habe eben einen Stein gezockt und habe keinen Luftgestein halbe Stunde also der Nachteil von den Platten ist natürlich dass du nicht ähm was denn ne was 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 denn ja was denn jetzt du kannst dich mal anbauen brauchst du nichts genau ja brauche ich ja nicht ahja ich habe auch nicht dich gemeint das wäre schon ein bisschen cool was wir mittlerweile auf die Beine gestellt haben in elf Tagen total toll ja alle außer Minias da gab es andere wir haben sieben Tage vor was anderes gebaut also Wahnsinn Hut ab Leute und nicht schon wieder und Beine gebrochen das darf doch echt nicht wahr sein dann ist doch klar probier's doch jedes mal wieder jetzt schaff ich's pass auf ja genau jetzt treff ich ihn Moment oh schreit Tosi wo ist sie denn ich seh sie nicht ich kann das doch da doch doch das läuft bei mir warte kauf oh zu spät echt nicht echt oh der ist schon da ja ja oh mein Gott ich laufe oh nein oh nein oh nein ich hab Angst ich hab's geschafft oh du hast es geschafft oh nein oh check 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 oh nein oh nein oh nein oh nein immer schön in Zeitlupe Wolltest du mir den Pokal überreichen? ja hier herzlichen Glückwunsch das war der Jump Pokal mir ist ein bisschen schlecht kann ich noch beziehen die Leute nach dem Helm gehen ja wo bist du denn hier da hier komm hier hinten hier hinten hinter dir werde ich kommen mmmmm was was geht denn da am jetzt los das war die Krillshow so wer war dran der Herminja ist was ich war dran ja oh schon wieder zu Ende wir sind jetzt die letzten Folgen in einer Aufnahmesession gewesen die ja voll scheiße oder wir haben acht Folgen haben wir jetzt aufgenommen ja wir haben acht Folgen aufgenommen wir hatten Folgen vor der Trauer leid einem stillen Minjas ich meine das war auch ziemlich selten das war göttlich das können wir uns das haben wenn wir uns wieder sehen wollen dann schaltet auch demnächst wieder ein und wenn ihr keinen Bock habt dann D-Abo und tschüss bis dahin tschüss tschüss tschüss